yes wir sind studio das ist der kamin das bin ich das wollte ich nicht sagen schöne grüße schöne grüße schön vergesst nicht die festival zum sommer warte mal ganz kurz du warst als wir hier ankam vor dem ersten album hieß es ich bin veganer und laktoseintolerant und laktoseintolerant dann gab es aber plötzlich zum frühstück diverse speckstreifen und seitdem und milchkaffee und jetzt heißt es wie wer hat gesagt ich bin veganer